Therapie bei akutem und spezifischem Rückenschmerzen Als akute Rückenschmerzen bezeichnet man Beschwerden, die kürzlich und plötzlich aufgetreten sind bzw. weniger als sechs Wochen andauern. In den meisten Fällen haben akute Rückenschmerzen eine gute Prognose und klingen innerhalb weniger Wochen wieder ab. Von akuten und spezifischen Rückenschmerzen spricht man, wenn in den Untersuchungen keine eindeutige Ursache für die Beschwerden festgestellt werden kann. Im Vordergrund der Therapie stehen in diesen Fällen die Linderung der Schmerzen und die Förderung der körperlichen Aktivität der Patienten. Betroffene sollen in ihren gewohnten Alltagsaktivitäten und im Berufsleben so wenig wie möglich eingeschränkt sein bzw. diese so schnell wie möglich wieder aufnehmen können. Zeigen medikamentöse Schmerztherapie und körperliche Betätigung nach etwa vier bis sechs Wochen keinen Erfolg, sollte eine gezielte fachärztliche Abklärung stattfinden. Die Erstellung fächerübergreifender Behandlungspläne, die unterschiedliche Experten, zum Beispiel Medizin, Physiotherapie, Egotherapie, einbeziehen, wird empfohlen. Medikamentöse Therapie Die medikamentöse Therapie von akuten Rückenschmerzen orientiert sich an den Beschwerden der Betroffenen und wird als Unterstützung der nicht-medikamentösen Maßnahmen eingesetzt. Die Medikamente werden immer nach einem festen Zeitplan eingenommen. Nach einigen Tagen sollte eine Einnahmepause erfolgen, um die Notwendigkeit der Therapie erneut zu überprüfen. Meist werden sogenannte nicht-steroidale Antihheumatika, NZA, eingesetzt, zum Beispiel Ibuprofen, Deklofenac, Napboxen. Diese Präparate haben eine sehr gute schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkung. Sie sollten nur in niedriger Dosierung und so kurzzeitig wie möglich eingesetzt werden, zur Langzeitanwendung werden sie nicht empfohlen. Höhere Dosen können auf Dauer die Gefahr eines Nierenschadens mit sich bringen und auch die Magenschleimhaut belasten. Wenn NZA aufgrund von Gegenanzeichen nicht eingenommen werden dürfen oder nicht vertragen werden, können alternativ sogenannte Koks-2-Hämme eingesetzt werden. Auch der Wirkstoff Paracetamol aus der Gruppe der Nicht-Opioid-Analgetika kann zur Behandlung und spezifischer Rückenschmerzen kurzfristig angewendet werden. Metamizol bietet eine ausgezeichnete Alternative zu den NZA, da es keine Nebenwirkungen auf Magen und Niere hat und auch schwere Nebenwirkungen etwa 10 mal seltener sind. Kontroversiell diskutiert wird eine seltene Blutbildveränderung, die an manchen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich häufig auftritt. Als nächste Stufe der Schmerztherapie kommen schmerzstillende Medikamente auf Opiatbasis, schwache Opioide, zur Anwendung. Diese Medikamente weisen zwar einen Gewinnungseffekt auf, sucht Potenzial, sind aber aufgrund ihres guten Nebenwirkungsprofils von der WHO, Volteal der Organisation, als Langzeitmedikamente empfohlen. Zusätzlich können bei Muskelverspannungen Muskelrelaxanzin, Medikamente aus der Gruppe der Benzodiazepine, eingesetzt werden. Diese Wirkstoffe führen zu einer Verminderung des Schmerzes durch Verbesserung der Muskelverspannung und Bewegungseinschränkung, weisen jedoch ein Abhängigkeitspotenzial auf und können darüber hinaus benommen machen. Sie sollten nicht länger als zwei Wochen eingenommen werden. Nicht-medikamentöse Maßnahmen Die körperliche Aktivierung der Patienten steht neben der medikamentösen Schmerztherapie im Vordergrund. Spezielle Bewegungstherapien oder Ägotherapie sind bei akuten Schmerzen nicht notwendig, die normale körperliche Aktivität im Alltag soll jedoch unbedingt beibehalten bzw. gesteigert werden. Studien belegen, dass es dadurch zu einer deutlichen Schmerzreduktion sowie zu einer Verringerung der Krankenstandstage kommt. Welche Art von Bewegung angewendet werden sollte, ist von den individuellen Vorlieben des Betroffenen abhängig und hat keinen Einfluss auf den therapeutischen Erfolg. Vielmehr kommt es auf die Regelmäßigkeit der körperlichen Betätigung an. Auch eine frühe psychologische Mitbetreuung ist sinnvoll, um Risikofaktoren für eine Chronifizierung der Schmerzen zu erkennen und diesen entgegenzuwirken. Bei chronischen Schmerzen kann eine Psychotherapie, zum Beispiel Verhaltenstherapie, einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Schmerzpatienten leisten, indem beispielsweise Schmerzbewältigungstechniken und ein neuer Umgang mit der Erkrankung erlernt oder psychische Stressoren wie etwa Angst abgebaut werden. Entspannungsverfahren, progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen und autogenes Training, können vor allem bei starker Verspannung oder Stressbelastung dazu beitragen, dem Entstehen von chronischen Schmerzen vorzubeugen, und sind auch therapeutisch sehr wirkungsvoll. Physikalische Maßnahmen, manuelle Therapie, lösen von Blockaden durch Manipulation bzw. Mobilisation, Wärmetherapie, Wärmepflaste, Minus kann in Verbindung mit aktivierenden Maßnahmen angewendet werden, da dabei die normale körperliche Aktivität beibehalten werden kann. Folgende therapeutische Maßnahmen sollen in der Behandlung von akuten und spezifischen Rückenschmerzen nicht eingesetzt werden, da deren Wirknachweis nicht ausreichend belegt ist und sie die Passivität der Betroffenen fördern und damit der gewünschten Steigerung der körperlichen Aktivität entgegenwirken, Bettruhe, wenn aufgrund starker Schmerzen Bettruhen notwendig ist, sollte sie maximal zwei Tage eingehalten werden Bewegungstherapien, zum Beispiel Krankengymnastik, Egotherapie, Rückenschule, bei akuten Rückenschmerzen nicht erforderlich, normale körperliche Aktivität im Alltag sollte jedoch unbedingt beibehalten werden Massage, Akupunktur, elektrotherapeutische Maßnahmen, Interferenztherapie, transkutane elektrische Nervenstimulation, DENS, percutane elektrische Nervenstimulation, BENS, Kurzwellendiatermilaser-Therapie-Orthesen, medizinische Hilfsmittel, zum Beispiel zur Entlastung, Kältetherapie-therapeutische Ultraschall-Magnetfeld-Therapie-Traktion mit Gerät.